Stabil in der Balance und dann war es passiert. Gespannt auf ihn, auf Markus Henning aus Borken. Gestern qualifizierte er sich am Ende als Vierter im Championat für das heutige Topspringen mit dem Vater dieses Pferdes, mit Sandro Boy, dem Vater von Sabrina. Elfjährig, die Stute aus einer Landadelmutter in Bayern gezüchtet. Sabrina, die ja auch tolle Ergebnisse in diesem Jahr schon verbuchte, beispielsweise den großen Preis Dortmunds gewann. Danach in der Halle den Grand Prix von Paris. Henning wird ja bei der Weltmeisterschaft dabei sein. Er reitet dann Plop Blue. Haben Sie alle kurz? Die Luft angehalten am Einsprung der Dreifachen. Und mit einer leichten Befreiung der sanfte Applaus. Markus Henning ist dabei. Mit Sabrina in der entscheidenden Runde. Nun als elftes Paar dafür mit einer Nullfehlerrunde qualifiziert. Und gestartet wird genauso dann in der Reihenfolge wie im Normalparkour. Also, Markus Henning ist dann ziemlich hinten, wenn nicht sogar ganz hinten dran, sollte es keinen weiteren Nullfehlerritt geben. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, wenn Sie gerade draußen auf die Nachfrage sehen, wenn es dies natürlich entspricht der Startfolge, der erste Urlaub. Das heißt, also... Das heißt, also... Und jetzt...